und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren folge bus simulator hier auf der playstation 4 mit mir dem bio schön dass ihr da seid wir sind heute mal auf der strecke 17 unterwegs wir müssen vom gewerbepark richtung hafen das ist eine der nächsten missionen auf der strecke 17 aktuell also liegen wir 17 ihr seht wir haben schon ein ordentliches geld zusammen gehäuft das wird langsam zeit dass wir jetzt hier langsame die mission abschließend das würde ich sagen wir nehmen wir unseren pre order dlc bus los geht's nicht lange schnacken und lass uns mal überraschen erst mal vorwärtsgang wieder rein danke danke los geht's so es kommt immer wieder auf die frage wie man den bus hier bekommt das ist ein vorbesteller bus den man damals wenn man das ganze auf der playstation 4 vorbestellt hat bekommt der ist jetzt natürlich nicht mehr verfügbar also wenn ihr jetzt den bus haben wollt müsst jetzt warten bis dieser mal als dlc erscheint ob er als dlc erscheint das weiß ich natürlich noch aktuell nicht aber ich gehe mal stark davon aus dass er als der jetzt hier noch kommt solange könnt ihr diesen bus halt nicht benutzen wenn ihr das spiel vorbestellt habt auf der playstation dann habt ihr natürlich die möglichkeit das ganze dementsprechend euch dementsprechend zu kaufen also im game kaufen also ihr habt ihn auch von anfang an frei geschaltet also wenn ihr diesen bus jetzt hier zum beispiel jetzt auf der playstation vorbestellt habt also den bus simulator dann habt ihr diesen bus bekommen wenn ihr den jetzt zum beispiel jetzt auf amazon gekauft habt den bus simulator oder bei irgendeinem hände des vertrauens gekauft habt dann habt ihr diesen der jetzt nicht bekommen seitdem ihr habt eine seriennummer bekommen noch zu dem spiel dazu dass ihr euch das dementsprechend runterladen könnt wenn das halt nicht der fall ist ist dieser bus aktuell für euch nicht verfügbar es geht denn erst wieder wie gesagt wenn hier zum beispiel astragorn jetzt sagt ich möchte den gerne als preorder bus kaufen also als die jetzt hier kaufen der wird dann wahrscheinlich 299 kosten oder so was oder vielleicht ist er denn in dem mann paket mit dabei ja aber so wie er jetzt hier steht ist es wirklich nur für leute die sich den bus simulator dementsprechend vorbestellt haben andere möglichkeit habt ihr leider nicht alle fahrkarten also was glaube ich euch aufs bord los geht's damit noch mal das ganze noch mal hoffentlich geklärt weil wie gesagt die frage kommt oft ich lese das halt immer in den kommentaren und beantworte das ganze also wie gesagt ihr habt dementsprechend halt nicht die möglichkeit ich habe auch irgendwie gelesen man kann hier da wollte ich auch mal gucken wir hatten jetzt hier hallo mit meiner meinung hatte jetzt aber keine kopfhörer gehabt man kann hier wohl den sitz hoch und runter machen und ich hätte nie gedacht dass hans und christina verband sind also mal ich gucke mal nach also das sind immer so sachen die interessieren mich dann tatsächlich wenn wenn euch da was auffällt aber mir nicht haltestellenbremse türmenü lichtmenü steuerungsmenü was haben wir denn hier drin ah den sitz anpassung ah guck mal hier können wir das nach vorne und nach hinten machen und nach oben und nach unten ah so funktioniert das also ja das muss man mal wissen danke für die info übrigens aber das musste ich jetzt gerade selber mal testen deswegen es ist hier noch so unglaublich viel versteckt hier neben dem bus simulatoren aber es liegt halt einfach daran weil ich den halt damals auf dem pc schon nicht wirklich gespielt habe das ist natürlich auch immer nicht alles so ne aber ich habe ja zuschauer die passen auf die geben mir dann die tipps und das kann man dann dementsprechend halt dann verwerten also vielen vielen dank an der stelle noch mal hier unser betriebsgelände wir sind schon reichlich spät aber jetzt gerade ein bisschen rum getestet haben so wenn da jemand mit wie sieht es aus opa nimmst du noch alles klar wo kommen die denn jetzt hier alle her das ist unglaublich es ist jetzt wieder mal voll es ist natürlich interessant ja noch steuerung scheibenwücher feststellbremse tempomat zündung hier können auch das radio an das kann man auch mal so so ein bisschen kommen manchmal noch so fragen so in der ersten folge ich muss denke so da müsste ich leider weiter schauen aber ich weiß dann halt immer nicht gucken die leute das jetzt weiter oder gucken jetzt nicht weiter weil zum beispiel in der ersten folge kam die frage wo schaltet man das radio an ich glaube das hatte ich schon mal gezeigt gehabt Oh hier ist gar kein radio wo ist denn hier unser radio hin? Ach hier ne? Ist das unser radio? Ja hier ist unser radio hier kann man es dann halt anschalten das weiß ich immer nicht guckt man das ganze jetzt weiter oder nicht naja Ursprünglich war ja eigentlich geplant gewesen dass ich den Bussimulator auch schon durch habe erstmal das ist zumindest schon mal so dass wir alle Bezirke freigestellt haben durchspielen kannst du den ja leider nie das ist halt eine Simulation die halt nie endet also du kannst nur noch mehr Geld machen mehr Geld machen und irgendwann ja merkst du halt einfach es gibt halt nichts mehr zu tun und ja das hatte ich eigentlich probiert zu erreichen hat nicht funktioniert jetzt müssen wir ein bisschen uns beschleunigen denn startet nämlich schon das nächste Projekt oder ist schon gestartet seit gestern wenn die Folge hier online kommt meiner meiner nach oder das sind gestern hoffentlich schon online gegangen sein wollte ich eigentlich ursprünglich den Bussimulator soweit schon gespielt haben dass wir zumindest alle Bezirke freigest hat nicht funktioniert also der Bussimulator ist wirkt auf dem ersten Blick halt relativ simpel relativ klein aber wenn man das ganze sich mal so in der Materie sich mal hier so hinein versetzt dann merkt man halt schon wie umfangreich eigentlich der Bussimulator ist also mal eben schnell durchspielen ist nicht und genauso sieht es auch ein bisschen mit den Trophäen aus die Trophäen die sind hier holla die Waldfee ja also wenn man jetzt hier gehofft hat dass man jetzt hier nur einfache Platinen bekommt hier auf der Playstation oder bei der Xbox zum Beispiel schnelle Gamer Scores ja ist auch nicht also das ist schon das ist schon ganz schön gigantisch hier zumal ich ja auch immer so ein bisschen gedacht habe dass man ja vielleicht so eine Trophäe bekommt wenn man zum Beispiel ja die ganzen Herausforderungen zum Beispiel so abschätten ist nicht ist nicht also ich glaube ja ich habe jetzt in den ganzen Spielen jetzt hier auf der Playstation 4 drei oder vier Trophäen bekommen das ist nix ja das ist wirklich nix da kann man also wirklich sagen also einfache Trophäen sammeln ist hier nicht ach es war wieder der Bus der wieder so eine komische Hupe hat hier was passen wir denn hier noch Fahrkartautomat Führerstand verlassen Rollrampe auch kommt immer wieder sehr oft die Frage von euch ähm wie sieht es mit dem Lenkrad aus also das G29 funktioniert ich finde es halt nur sehr sehr umständlich das ganze halt auch äh mit dem Controller also mit Controller und Lenkrad zu spielen weil du musst du brauchst halt beides weil du kannst halt ähm mit dem Lenkrad zum Beispiel dich jetzt nicht sofort bewegen jetzt wie mit dem Gamepad oder sowas ja also brauchst du halt so oder so beides und das finde ich dann halt ein bisschen zu umständlich das haben sie ähm oder ist auf dem PC einfach deutlich besser ähm erklärt weil du halt schon von vornherein ja schon die Tastatur und die Maus ja sowieso dran hast äh so zum Lenkrad wenn äh da klappt das schon deutlich besser und äh sonst kam die Frage halt nochmal äh wegen äh der Optik dass das ganze ja auf dem PC ja sowieso grafik besser aussieht natürlich sieht es auf dem PC deutlich besser aus also das äh ist kein Geheimnis das kann ich ja auch nochmal sagen also es sieht auf dem PC schon sehr sehr hübsch aus ja wenn man das ganze in 4K spielt und das mit vollem Grafikdetail würde ich gerne machen schafft der Rechner aber nicht also zum Spielen und zum Aufnehmen und ähm das das sind schon himmels himmelsweite Unterschiede so jetzt würde ich mal ganz kurz gucken warum stehen die jetzt hier uuuuhuhuhuhu schön langsam rum ja ähm es sind also wie gesagt total verschiedene Paar Schuhe hier und ich hab Lob bekommen das muss ich ja auch mal oh genau weil ich auf dem Portschel gefahren bin ich hätte nicht gedacht dass Hans zur Familie zurückkehren würde weil ich auf dem Portschel gefahren bin kriege ich 1.300 Euro Strafe sicherlich und äh wie gesagt ähm hab ich auch noch ähm einen Lob bekommen auch da möchte ich mich bedanken ähm da hieß es denn in den Kommentaren ähm das ist ein schönes Video geworden und äh er findet es halt toll dass ich mich hier an die Verkehrsregeln halte und so dass wir hier versuchen ordentlich zu fahren außer jetzt ja gerade hm dass wir auf dem Portschel fahren und 1.300 Euro Strafe zahlen müssen ja klappt es eigentlich also ich versuche mir hier schon wirklich viel Mühe zu geben ich bin halt doch so ein kleiner Simulations äh nerd ja also gerade was so Bus und Bahn angeht ja versuche ich da halt schon ähm so realistisch wie möglich zu spielen weil nur so macht es halt Spaß ja klar man könnte hier draus jetzt auch ein GTA machen ja und äh nur Schindluder treiben äh aber da habe ich gar keinen äh Sinn für wenn ich sowas spielen möchte dann haue ich mir einfach GTA rein und dann zocke ich das auf ja warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk findest du jetzt aktuell ziemlich cool ich versuche jetzt gerade so ältere Spiele die ich Ewigkeiten aufgeschoben habe jetzt endlich zu spielen ähm aber fing jetzt wirklich hier mit Playstation wieder an weil ich jetzt hier wieder so wieder mehr Konsole spiele ähm jetzt hier kommt man den Berg nicht hoch? doch das wärs jetzt gewesen ähm das ist schon ein bisschen lang noch mal fahren ein bisschen vorsichtiger der Bus ist zu lang eigentlich für diese Linie hier also der Bus allgemein der ist halt übelst lang ja also das ist schon der Gelenkbus da hast du halt noch ein Gelenk drin ja der lenkt den noch mit aber der der ist einfach nur lang dadurch dass die Hinterachsen überhaupt nicht mit lenken eigentlich in dem Sinne nicht zu gebrauchen ja wo war ich stehen geblieben? ähm ja wo war ich stehen geblieben? also auf jeden Fall die Danklagen achso mit äh realistisch spielen und so ja wie gesagt also ich finde das das ist halt schon ähm soll halt auch so sein das ist ein bisschen Markenzeichen ah und natürlich dass ich jetzt hier wieder hier natürlich hier ähm versuche meine älteren Spiele jetzt hier endlich mal durchzuspielen bin ich vorher nie dazu gekommen und jetzt das letzte Mal so ein kleines Erfolgsmoment gehabt oder dass ich mal wieder ein Spiel durchgespielt habe durch die ganzen Simulation spielst du diese Spiele halt einfach nie durch die halt immer da sind die kann man halt immer spielen halt ne enden halt nicht so wie zum Beispiel so ein Call of Duty oder sowas boah boah das wird da schon wieder nischt boah seht ihr da hinten die Achsen? die lenken nicht mit und das ist eigentlich beim Bus von solcher Länge eigentlich äh nicht realistisch der müsste mit lenken bei solcher Länge schon was ich auch komisch finde ist zum Beispiel die Poller ja wo wir jetzt gerade drüber gefahren sind die sehen wir im Spiegel und die Schlaglöcher sehen wir zum Beispiel nicht in den Spiegeln ja wenn wir jetzt zum Beispiel in den Schlagloch jetzt ausweichen oder sowas siehst du sie nicht in den Seitenspiegeln oh das wird nix nö das wird nix also das bedeutet rückwärts gegangen ich kann das Wochenende kaum erwarten ich kann das Wochenende kaum erwarten so und die nein die sind falsch gefahren auch noch ernsthaft müssen wir uns schon wieder da durchschlängeln das ist ja jetzt nur ärgerlich das ist ja sehr dünn das darf doch nicht wahr sein das ist aber auch echt warum baut man da so zwei Straßen bin mal gespannt ob das irgendwann mal noch die Möglichkeit geben wird vielleicht in dem nächsten Bus Simulator Teil oder sowas das heißt es ist ja auf Steam es ist ja möglich also da gibt es halt ein Steam Workshop wo man sich zum Beispiel selbstverständlichen Content zum Beispiel runterladen kann das irgendwie mal irgendwann mal nochmal irgendwie hier in dem Bus Simulator möglich sein wird ich meine das funktioniert zeigt der Landwirtschaft Simulator wie gesagt das funktioniert das ist wie gesagt zeigt der Landwirtschaft Simulator dass es halt machbar ist mit seinem Mod Hub so könnte das halt auch eigentlich hier in Dings funktionieren eine coole Sache weil da gibt es halt die Karte Sunny Springs nämlich hier für den Bus Simulator das ist eigentlich eine coole Sache das ist ein bisschen Nostalgie die Leute die zum Beispiel den ersten Teil gespielt haben haben dann zum Beispiel so einen kleinen Ausschnitt hier von der Karte Sunny Springs die den Bus Simulator 16 halt gezielt hat aber jetzt ist ja auch bald Weihnachten sowieso die Frage ob ihr den jetzt so mittlerweile spielt oder vielleicht guckt ihr jetzt so das Let's Play da sagt er jetzt zum Beispiel ihr wünscht es zu Weihnachten oh was ist denn jetzt los du hast den Fuß gegangen gefangen was wo bin ich denn jetzt angeblich habe ich einen Fußgänger angefahren alles klar hey was machen sie so tja ich war mal Banker aber das hat sich nicht mehr aus das ist interessant also in dieser Folge geht heute alles schief ich hätte gerne ein paar Fahrkarten kauft ihr euch das Spiel wünscht ihr euch das vielleicht eventuell zu Weihnachten oder sowas denn nützt doch mal die Kommentarfunktion würde mich mal interessieren denn ja es kann sein da muss ich nochmal mit dem Phasus reden wir haben nämlich ein Key bekommen von dem Bus Simulator damals von Astragon wir haben uns den zugeschickt gehabt wo das Spiel dann ja schon zwei Wochen und raus war hat man uns den Key zugeschickt gehabt dass wir das ganze doch ja mal vorstellen dürfen und alles was ja es ist aber schon zu spät denn halt es ist halt einfach mal zwei Wochen zu spät und ja deswegen haben wir jetzt wahrscheinlich eventuell wie gesagt da müssen wir mal mit Phasus reden hier noch ein Key rumliegen vom Bus Simulator für die Playstation 4 die könnte man ja dementsprechend ja zu so einem kleinen Weihnachtssprecher ja dann mit verlosen also falls ihr da Adresse dran habt ihr könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten ob wir sowas mal machen wollen oh wirklich dieser muss sich verkaufen das ist alles nur weil das Ding falsch programmiert ist hier wenn der Bus nämlich mit lenken würde würde die Achsel nämlich sich wenn wir nach rechts fahren würden die Achsel sich nämlich so stellen dass der Bus nämlich so leicht nach links fährt sodass wir dann halt besser um die Ecken kommen und hier fahren wir einfach nur schnurstracks einfach wie so ein Brett praktisch um die Kurven ihr müsst euch praktisch vorstellen ihr habt eine Zahl am Weg ja so eine Hütchen wo alle 50 Meter ihr immer ausholen müsst und ihr fahrt mit einer Limousine viel Spaß das ist nicht realistisch also das kannst du wahrscheinlich so auf einer Hauptstrecke hier nehmen dem Bus hier wo einfach nur geradeaus und breite Straßen wo du jetzt nicht so um die Kurven fahren musst ich glaube das macht mehr Sinn hier so ein Bus hier einzusetzen aber sowas wie diese scharfen Kurven hier die hier existieren ist der Bus glaube ich nicht zu gebrauchen aber es soll jetzt auch gar keine Rolle spielen uns geht es jetzt erstmal hauptsächlich wirklich nur ums abschließen jetzt in der ganzen hallo er kommt hier rein der ganze Bus fängt an zu wackeln so 50 und 14 bitte Woche Standard ich glaube die Fahrt die zählt wahrscheinlich sowieso nicht weil wir ja angeblich kommt auch noch dazu angeblich wundervoll danke dass wir haben ja 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 wahrscheinlich diesen Bus hier lieber verkaufen und sich dafür stattdessen halt einen Gelenkbus besorgen ich glaube das macht mehr Sinn ich musste leider hupen sonst fahren die nie los fahren soo und dann sollten wir es ja manchmal mal gepackt haben called hier nur eine mission und dann krieg mal dass wir dann hier abgeschlossen haben das zieht sich halt so extrem ist also das ist schon ich habe schon wieder sehen wie wir da fahren müssen da wird es wieder krömelig so du bist gerne eine tageskarte student 4 euro ich denke ich brauche mehrere fahrkarten wochen sehen wir zwei stück wir haben jetzt schon die instaktion sieht er den ganzen abfall an der straße an ich bin sowieso auch mal gespannt was jetzt losgeht dann hat er gesagt hat das jetzt erstmal fixen wollen was das zeug hält dass der simulatoren rund läuft denke mal also ich rechne mit ja anfangen mitte nächstes jahr geht's los denn dass die dnc's kommen so ein ok was mit der textur nicht hier vom bus das haben wir so an den reifen zum beispiel straßen asphalt dran das verschwindet gleich das ist mir schon von bei dem auto aufgefallen das sind so so eine kleinen fehler das ist mir schon wieder krank ist so was aber auch wer hat das erlaubt port ember ja mit ganz bescheuertem dialog nur um die stille zu überbrücken also bei dem bus mega viel fein gefühl und wahrscheinlich am besten hier die außenperspektive nimmst also diese engen straßen hier nur zu gehen in welchen film ich habe an den neuen super helden film gedacht der tat angelaufen ja klar super helden film das war knapp und dann nämlich auch noch die hinteren rädern auf kommst ich bin nicht denn hier gelandet ich bin nicht denn hier gelandet ich glaube kein müll eingesammelt na gut dann wählt man die fahrt und dann gutträger minus 1900 aber mal hin ach wir haben eine trophäe bekommen tausend passiere wahrscheinlich Kilo läuft 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 so in der nächsten folge werden wir uns einmal die letzte route nehmen und dann hoffen wir mal dass es jetzt eigentlich geklappt hat welche welche wäre denn jetzt noch und zwar 14 haltestellen landwirtschaft industriezone und alle haltestellen von port ember welche wären das ist das die hier ne das ist nicht Hafen ne das ist auch nicht hier ne die muss es sein ähm ja das oder warte oder doch mal gucken ich sehe jetzt hier 1 warte mal müssen wir mal ganz kurz gucken ah 2 haltestellen ok 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 ja gut dann machen wir den nächsten part äh die linie 19 und dann ja hoff ich mal dass wir das jetzt eigentlich mal gepackt haben so lange kann es nicht mehr dauern also unbedingt wieder einschalten wenn ihr mehr sehen wollt hier vom busumulator würde ich mich persönlich sehr sehr freuen und vergesst nicht ein like da zu lassen da freue ich mich sehr drüber und bis dahin sage ich danke fürs zuschauen und weiterfahren tschüss und an es ja ist wie klar w oder wir haben Vielen Dank.